Gary Goldsmith, der Onkel von Prinzessin Kate, hatte ursprünglich vor, in seinen kommenden Memwaren auf den Konflikt zwischen der königlichen Familie und den Sussexes einzugehen. Dieser Alleskönner verspricht eine fesselnde Lektüre zu werden, mit Einblicken in königliche Geheimnisse und die turbulente Beziehung zwischen Familienmitgliedern. Es scheint jedoch, dass Megan den Gedanken nicht ertragen konnte, dass eine weitere Erzählung ihrer Kontrolle entgleitet. Berichten zufolge reichte Megan in ihrem verzweifelten Versuch, ein sorgfältig koratiertes Image aufrecht zu erhalten, eine Klage gegen Gary ein, um die Veröffentlichung seiner Memwaren zu stoppen. Warum fragst du? Nun, weil die Wahrheit unbequem sein kann, besonders wenn sie die Riss an Magans und Harries Mädchen aufdeckt. Aber worum geht es bei der ganzen Aufregung? Gary Goldsmith, der ursprünglich vorhatte, sich mit dem Drama der königlichen Familie zu befassen, hat sich nun für einen Wechsel entschieden. Er konzentriert sich darauf, seine geschäftlichen Unternehmungen zu erzählen und die Geschichte zu erzählen, wie er ein Vermögen von 30 Millionen Pfund angehäuft hat. Allerdings blieb Magans Intervention nicht ohne Folgen. Diese Wendung der Ereignisse wirft Fragen über Magans Taktik und die Art und Weise auf, wie weit sie bereit ist, Stellenwiderspruch innerhalb der Familie zu schüren. Laut einer zuverlässigen Quelle für Garys Entscheidung, den Schwerpunkt seiner Memwaren zu ändern, nach Gesprächen mit der Familie Middleton, die sicherstellen wollte, dass es keine unerwarteten Enthüllungen gab, insbesondere nach den brisanten Behauptungen von Harry und Meghan in ihrer eigenen Enthüllungsgeschichte. Es ist offensichtlich, dass es den Sussexes unangenehm ist, dass ihre Version der Ereignisse infrage gestellt wird. Harry behauptete in seinem Buchspare, dass Kate Meghan wegen eines Streits um das Kleid eines Blumenmädchens zum Weinen gebracht habe. Garys ursprünglicher Plan, Einzelheiten über die Sussexes in seinem Memwaren aufzunehmen, scheint für einige Unmut gesorgt zu haben. Um die Geschichte in den Griff zu bekommen, suchte Meghan rechtliche Schritte, um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Aber warum? Könnte es sein, dass die Sussexes Angst vor der Aufdeckung ihrer eigenen Taten haben und entschlossen sind, ein sorgfältig koratiertes öffentliches Image zu wahren? Garys Kommentare über Meghans bewusste Eifersucht auf Kate, weil sie ihre königliche Rolle mühelos aussehen lässt, trafen eindeutig den Nerv der Zeit und veranlassten ihn, den Inhalt seiner Memwaren noch einmal zu überdenken. Meghans juristische Manöver haben den Fokus effektiv von der turbulenten Beziehung der Sussexes zu den Royals abgelenkt. Es ist erwähnenswert, dass diese Saga eine bizarre Wendung nahm, als auf Amazon gefälschte KI-Bücher auftauchten, in denen fälschlicherweise behauptet wurde, Gary sei Meghans Onkel. Bei diesen erfundenen Geschichten ging es um ausgefallene Streiche mit Prinz William und Toilettenpapier. Obwohl diese Wendung der Situation ein Element der Absurdität verleiht, ändert sie nichts an den schwerwiegenden Folgen von Meghans Bemühungen, Gary zum Schweigen zu bringen. Wenn wir dieses Netz der Täuschung entwirren, wird eines völlig klar, Meghans Taten sprechen mehr als ihre sorgfältig gestaltete öffentliche Rolle. Ihr Versuch, Garys Memwaren zu unterdrücken, enthüllt eine Seite von Megan, die sie lieber geheim halten würde, eine Meister-Manipulatorin, die einen Plan inszeniert, um die Erzählung zu kontrollieren und unbequeme Wahrheiten zu begraben.